Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie immer den neuen Fortnite-Shop. Falls ihr also neu seid, lasst unbedingt ein Abo da und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Und in 5 Sekunden kommt schon der neue Shop, also wieder eine Live-Reaction. Mal schauen, vielleicht heute neuer Skin. Und wir sehen es. Und oh, es gibt einen neuen Skin. Den Marino für 1200 V-Bucks und auch noch eine neue Hacke dazu. Turbenschnitt, okay, das ist sehr nice. Dazu auch noch den Finsterbomber, das ist ein richtig geiler Skin. Ähm, ja, also heute auf jeden Fall ein definitiv besserer Shop als gestern. Gefällt mir. Schauen wir uns auch direkt mal die neuen Skins an und den neuen Skin an. Marino heißt der, kostet 1200 V-Bucks. So schaut er aus. Hat auch einen Backpack dazu. Sind das Bananen? Ja, das sind Bananen, lol. Okay, ist das ein neuer Kopf? Schaut so ein bisschen aus wie eine neue Frisur und ein neuer Bart. Und es könnte echt ein neuer, ein komplett neuer Charakter sein hier im Spiel. Gefällt mir auf jeden Fall der Skin. Marino. Werde ich mir auch holen. Und ihr könnt den Skin auch wieder kostenlos bekommen. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur Snoxy als Creator-Code im Fortnite-Shop eingetragen haben. Also einfach dort Snoxy reinschreiben. Wie meinen Kanalnamen mit einem kleinen E am Ende dran. Einfach dort eintragen. Und ja, das ist auf jeden Fall der Skin. Dazu haben wir dann noch die Hacke. Und zwar den Tropenschnitt für 500 V-Bucks. Schaut ziemlich cool aus. Ich muss mir mal ganz kurz meine Kopfhörer aussetzen. Hier habe ich gerade gar nicht auf. Ich will mir nicht mal den Sound anhören. Okay. Hört sich ganz cool an. Ist ein leicht anderer Sound als der Standard-Sound. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch das Design schaut ziemlich cool aus. Ich mag dieses matte Schwarz. Ja, also nice Hacke für 500 V-Bucks. Auf jeden Fall wird sich die gegönnt. Sehr, sehr nice. Und ich denke mal, die Hacke werde ich direkt auch mit dazu verlosen. Also die könnt ihr heute auch noch gewinnen. Wenn ihr die haben wollt, wie gesagt, einfach nur Creator-Code Snoxy dort eintragen. Ähm, ja. Auf jeden Fall cooles neues Set. Küsten Company heißt das auch. Und mir gefällt es auf jeden Fall auch diese schicke Sonnenbrille hier. Sehr, sehr nice. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Slot. Dort haben wir den Finster-Bomber drin für 1200 V-Bucks. So schaut er aus. Und ich muss sagen, ich finde den Skin mega geil. Vor allen Dingen, weil es zu diesem Skin auch noch den Backpack dazu gibt. Zu der, ich sag mal, Lieben-Variante. Zu dem normalen Farbbomber-Skin gibt es ja keinen Backpack dazu. Da muss man diesen männlichen Skin kaufen. Hier gibt es den Backpack quasi einfach dazu. Und der ist natürlich ziemlich geil. Dazu hat sie auch noch so Runen auf ihrer Oberfläche. Man sieht es hier, sie bewegen sich so hoch, so animiert. Kann ich also auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann haben wir noch das Donnerross. Auch eine richtig geile Hacke. Ich würde sagen, eine der Top 5 Hacken in Fortnite. Also falls ihr die nicht habt, heute ist sie wieder drin. Richtig geiler Sound. Und wenn man ein paar Kilts macht, dann beginnt auch dieses Horn hier oben so richtig zu leuchten, zu glühen. Mit so vielen Effekten. Also das ist ziemlich geil gemacht. Kann ich also auf jeden Fall diese Hacke sehr empfehlen. Und dann haben wir noch den Gleiter dazu. Den Glüh für der Dunkelheit. Auch der ist so leicht animiert. Hier auf der Oberfläche bewegen sich auch diese Runen so hin und her. Für 5-Mail-Works würde ich sogar sagen, ist das der beste Standard-Gleiter, den es überhaupt im Spiel gibt. Also auch für den von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute wieder die 3000 Likes knacken. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Lasst gerne einfach einen Daumen nach oben da. Und dann haben wir den Sushi-Meister drin für 1200 V-Bucks. Auch der hat ein Backpack drin, was ich ziemlich nice finde, dass immer mehr blaue Skins im Backpack haben. Das wertet die Skins einfach auf und schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. Dann haben wir noch den Rückpartner drin. Passt auch irgendwie zu dem Skin. Ja, nice Melodie. Dann haben wir noch den Ausflugsgleiter. War jetzt dann glaube ich eine Weile nicht mehr im Shop drin, aber so besonders feiere ich den Gleiter jetzt nicht. Dann haben wir noch die Spektralhacke für 800 V-Bucks. Früher fand ich sie ziemlich nice, inzwischen eher nur mittelmäßig. Dann noch den Skorpion-Skin für 800 V-Bucks. Spiele ich sehr gerne mit dem Geisterportal als Backpack. Dazu schaut es ziemlich nice aus. Also diese Kombi ist auf jeden Fall sehr, sehr sick. Und im letzten Slot haben wir dann noch die Hirnüberladung. Mind is blown. Für 200 V-Bucks ist der auf jeden Fall in Ordnung. Ansonsten, ja, jetzt nichts besonders krasses. Und ja, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu hier seid, lasst unbedingt ein Abo da, um hier keine neuen Skins mehr zu verpassen. Ihr könnt jetzt auch wieder rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und wie gesagt, tagt gerne Snogs hier als Creator ein, um hier heute wieder an meinem Gewinnspiel teilzunehmen, um hier den neuen Skin zu gewinnen. Marino verlose ich heute für 1200 V-Bucks. Kann man heute gewinnen. Also, ja, nehmt da unbedingt teil. Und auf die Endcard blende ich euch jetzt hier mein Video von gestern ein. Einfach mal hier draufklicken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da habe ich über ziemlich coole neue Map-Änderungen gesprochen, die gestern mit dem neuen Update kamen. Falls ihr die noch nicht gemerkt habt. Oder noch ein paar andere kleine geheime Updates. Die habe ich da alle gezeigt. Also, falls ihr die sehen wollt, einfach mal dort reinschauen. War eine coole Runde. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dort. Tschüss!